Hi zusammen! Äh, irgendwie sieht das hier heute anders aus. Tja, tatsächlich sieht es hier zur Zeit irgendwie anders aus. Das liegt ganz einfach daran, so traurig das auch ist, dass sich unsere Tubehats-Staffel langsam aber unaufhaltsam dem Ende nähert. Und letzten Freitag mussten die Tubehats aus ihrem Studio ausziehen und wohnen jetzt zur Zeit zur Zwischenmiete bei uns im Büro. Äh, als sähe es hier nicht sonst schon chaotisch genug aus. Naja, ähm, ich halte hier zur Zeit die, äh, Fahne alleine hoch. Äh, Axel ist noch die ganze Woche über on Family Business in der Hauptstadt. Daniel lässt sich die Sonne in Frankreich auf den Pelz brennen, äh, und macht Urlaub, das Glücksschweinchen. Aber es gibt noch einiges zu tun, denn dem einen oder anderen von euch dürfte noch irgendwie im Kopf sein, dass da diese Woche diese klitzekleine Veranstaltung ansteht, genannt Video Days. Und natürlich werden wir auch zugegen sein. Und wir heißt in dem Fall, äh, Mad Mike und meine Wenigkeit. Äh, also wir werden auf jeden Fall rumtingeln. Wenn ihr uns schon immer mal in Persona treffen wollt, wäre das doch mal eine Gelegenheit dazu. Aber das ist noch nicht alles, denn die Tage hatten wir ein spontanes Telefonat mit Christoph Krachten, der bei der Gelegenheit so fallen ließ. Hey, sag mal Jungs, habt ihr nicht zufällig Bock, äh, auch noch ein bisschen was zu machen für die Show am Samstag? Äh, da haben wir uns gedacht, äh, fuck ja, natürlich. Ähm, so kann's gehen. Jetzt sind wir tatsächlich Teil des offiziellen Showprogramms des Video Days. Das heißt, die Two Pads wird's da auch vor Ort zu sehen geben. Äh, was genau wir machen, darf ich natürlich noch nicht verraten. Aber so viel sei verraten, äh, es ist noch einiges zu tun. Und ich werde heute mit Sicherheit eine Nachtschicht einlegen müssen, um das irgendwie noch zu schaffen. Das heißt dann aber auch, dass wir diesen Freitag jetzt nicht auch noch schaffen werden, eine Behind-the-Scenes-Episode rauszuhauen. Naja, das krieg ich jetzt nicht auch noch hin. Ähm, die gibt's dann aber wiederum die nächste Woche drauf. Und dann gehen's halt so weiter wie bisher. Äh, dafür werden wir natürlich vor Ort wie die wahnsinnigen Twitter und Instagram und die sozialen Netzwerke füttern. Und natürlich hoffe ich doch mal, dass wir jetzt auch einfach mal in echt sehen. Ja, ähm, ich hau jetzt mal wieder rein, damit wir das hier irgendwie alles noch rechtzeitig schaffen. Äh, wir sehen uns auf den Video Days. Ich freu mich. Ähm, ja, Two Pads out.